Ey, Digga! Pferd, 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 Pferd! Dennis, 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 Dennis! Mach das Kappkarn Ding kaputt! Rechts, links! Und dann geh in die Ecke, genau vor dir, wo du grad hin aimst, da erwartet der dich nicht und da plantest du, Digga! Nee, 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 da rechts in die Ecke! Ja, genau da, genau, links, 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 ja genau! Da ist noch ein Heal! Da ist noch ein Heal! NICE! Warum hat der jetzt diese Abstimmung gestartet? Das Trigger ist voll! Loll! Kommt, C-patsch! Der kann nur durch den anderen Dropper rein, oder haben die den hier aufgemacht? Da muss Trap oder Dropper, Trap oder Dropper, Dennis! Lass links, 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 links! Links, 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 links! Ich hab'n gar nicht gesehen, ich dachte, ich hab'n droppen mich! Alter! Das ist Bombe! Du bist echt behindert, oder was? Ich hab'n'n droppen mich! Ich hab'n'n droppen mich! Ist das ernst gemeint? Ich hab'n'n droppen mich! Are you fucking sure? Es liegt mir sicher, es ist High von Positiv! Er ist rausgegangen! Was ist los? Ich geforde dich! Alter, warum dauert das Ding so Reforcen so lang? Halt F-halt, äh, drück, drück stärker auf F drauf! Die haben hier halt noch ne Wand, die offen ist und die... Wo kann ich rein? Boah, ich muss da hin! Hier bei mir! Wie viele Muting haben wir? Komm, die kommen! Er kann grad durch, durch die Türspanne gerissen und drücken eine... ...und ich eine noch kennen, um GCArkz zu lassen! Ich speichere das... Ich hab' mindestens drei zerstört! Ohhohohohohohohohoho! Mäht' ihn, jeder, eine Richtung! Jada, die tast mich zu Tode einfach, was ist das? Digga neiiin Digga was ist das für'n Bullshit? Macht die Kamera kaputt digga Kann man nur seine Huche sein digga Ja klar alter was ist denn das? Ja klopft wie so Distanz oder was? Ja klopft wie so Distanz oder was? Dennis, renn einfach weg von der Aber nicht aus dem Raum Ja, die kann einfach unendlich blitzen, Digga Ja, was soll ich denn machen, Digga, ich kann noch nix machen Ja, halt einfach ab, dann Ja, schön, guck mal, was in der Distanz hier einfach schießt Ey Was ist das? Versteck dich hinterm Auto Ja, was soll ich denn machen? Die musste jetzt zu dir kommen Versteck dich hinterm Auto einfach Irgendwann wird denn langweilig, dann darf er die Waffe ziehen Was für ein Bullshit, Digga Ja, brauchst nicht drauf zu schießen, ich hab vorhin drei Magazin drauf geschossen, nix passiert Digga, das ist doch ein Meme Jetzt ernsthaft, was soll das? Ich spiel super hier, ne? Versteh ich nicht, das ist einfach unfair Ja, neifel, man kommt gar nicht in die Nähe Du bist doch langsamer, dass die Leute gewonnen haben Ja, genau Wie geht's? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh oh Im Gang wird nicht gerannt, jaja Ja, Digga, was ist das für ein schwule Spiel? Einfach nur Ja, ich kaste hier direkt sowas von instant. Einer muss rechts sein. Aus der Tür rechts. Ja amen! HEH! Du hast die Freundin gekillt! Der ist im Raum. Der muss im Raum sein. Hallo der ist doch down du faggot! Er hat es sogar nicht mehr aktiviert, Digga! Ah, ich sehe nichts. Komm her! Ein ins Knie, ein ins Knie! Oh man! Der Bieler ist nicht Wuppe. Ins Knie! T-Titokur war jetzt nicht der Beam! Digga, als ob der nicht davon geflasht war. Kannst mir sagen, was du willst. Digga, das ist doch einer. Hä? Warum schießt du den nicht ab? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn echt nicht gesehen. Digga, er lag doch doch einfach rum. Ich hab ihn nicht gesehen, Digga, ernsthaft nicht. Ja, die müssen alle drei im Raum sein. Ja. Noll! Er war nicht down! Er ist auch d inclu... Er liegt YOUR drinne, der ist auch der links, der liegt da hinten. Er war nicht down, wer hat down gesagt? Wie über uns? Wie kommt denn der aufs Dach? Ey Leute wollt ihr reinkommen im Room? Ich bin drin! Ja ok, kommt denn das Der ist da! Aaaaaah! Der hat alles kaputt geschossen die Sau! Er kommt von außen rein! Leute was ist denn mit euch los? Außen ist doch offen! Du faggot! Vom Room noch abgeballert Hä, seid ihr irgendwie blöd? Dennis hat den Diffuser! Ja wie wäre es nur wenn ihr mal kurz einmal runter geht und dann nach links Da ist einfach offen! Links ist nicht offen! Wir gehen nach rechts! Du ist nicht offen! Ja, geh hoch! Ja! Dann mach ich mal einfach hier hin oder? Ja! Oder schießen die da durch meinst du? Ja! 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 Ich hab da schon 3 Magazine und da hätten 3 Stück schon. Das ging eigentlich früher mal auf. Noch ne Flash. Und einfach nur aus dem Rolls. Nochmal eine. Oh Echo. Der ist da im Raum geradeaus. Weiter rechts. Genau da. Jetzt haben wir das mal so. Fassen wir mal die Inhalte zusammen. Wir hatten eine Tür aufgeschossen. Ja Digga ich hab da 3 Magazine auf die Kack Tür drauf gemacht. Aber ich komplette Magazine und die geht nicht raus. Du hast so ein ganzes Magazin für so ne Tür. Das weiß ich. Ja aber was soll das? Kriegt man jetzt nicht mal die Kassel Tür auf nur außen oder? Ne mit Kali kriegste die aufgeschossen mittlerweile glaub ich. Mir reicht's alter. Komm ich plant den Deckel. Was tust du? Ist das dein Ernst? Fragt alter. Ich dachte wir wollen. Dein Ernst? Cool. Sowas von absichtlich alter. Links. Alter. Alter was dann hat er das noch geholt? Alter mit Seidstand. Warte. Ich denke du hast das Game einfach nur sowas von nochmal interessanter gemacht. Wenn du nicht so 5 AP hattest alter. So gut. Ja. Ich will einfach nur dahinten planten Digga. Und er macht den. Oh ja ja geht rein geht rein. Er macht durch Damage. Er macht durch Damage. Er plantet. Aber ich krieg mir kein Damage. Ich dachte gerade ist einer von uns. Ich dachte gerade ist einer von uns. Dennis hat nen Kill auf uns. Das mit Cable kann ich richtig geil spielen Digga. Boah halt man. Dein Deinl. Lol die wollten hier gerade aussprengen, ich hab das Reinforced dass hat so nen Sprengteil chi Mentor. Why IS सATION? Niche Idiots! Niiiih! Warum ranzst du hier, als ich kank' es? Du sagst nein! Du! Was? Ich... Du! 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 Ich bin ein! NOO! Hitler! Ich bin ein! 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 Uff, Alter! Okay, wait, idiots do. Garage one. Einer ist in den Arsch. Was war er? Was ging ihr gerade ab, ey? He's low. Wo ist er? Was? NEIN! Ich hab nen falschen. One time? Ja, very low. Du hast ne Kontaktgranate. Kontaktgranate unten durch! Nein, was machst du? Jetzt hat er keine mehr. Nein, Dennis! Nein, Dennis! Nein! Du bist auf! Du bist auf! Du bist auf! Du bist auf! Dennis rennt zu ihm! Dennis rennt zu ihm! Und dann kann er sich nicht so schön umsehen! Du hast das Game geliebt! Weißt du noch den einen Move, den die hier gebracht haben mit dem ihrer Fenster? Ja! Dennis, der Heklige! Das ist das erste Mal, dass es geklappt hat, Digga! Ist drin! Du hast einanges Ich Corbe! Diffuse, Diffuse, push, push! Diffuse, Diffuse, zieh rum! Is das dein Ernst? Absichtlich! 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 Nein! Ich dachte, es ist Diffuse! Das hat gecallt, ist Diffuse, Dicke! Der andere hat was gecallt! Links, nicht links, Kittel! Links! Hä? Dein Ernst? Spuchtel! Spuchtel! Wo gehen wir hin? Viel zu weit grei... was? Komm das S zu mal, was haben wir? Nimm, äh, Blitz! Oh mein Gott! Warum gehen wir da nicht einfach mal hoch? Da wurde schon wieder entdeckt! Ich will euch nur was zeigen! Guck mal! Ihr seht doch, ihr seht doch hier das Ding, gell? Ja! Da kann man ja mit der Drohne rein fahren, gell? Ja! Dieser Tunnel, der geht genau geradeaus nach unten in die Ecke bei der Bar! Also, wenn du da ne Nerven wirfst, letzter... Siehste? Uff! Ey! Da unten liegt einer! Guck mal meine Drohne! Guck mal meine Drohne! Guck mal meine Drohne! Ne! Guck! Unten! Ganz unten! Ja! Aber da ist trotzdem das Ding gerade! Hier kannst du mal ne Fetschergranate runterwerfen! Ich glaube, das geht! Ne, Kittel! Leg mal ne Fetschergranate oben hin! Dann sollte das auch außer Kraft gesetzt werden! Und jetzt! Und jetzt! Und jetzt! Und jetzt! Du musst länger gedrückt halten! Jetzt kommt der weg rein! Guck mal wie lange das tut! Nein! Der war noch da! Oh! Stopp! Er will jetzt nicht erst mal an, statt zu stoppen! Digga! Stopp doch! Digga! Dein Ernst? Das ist nicht einfach rumschnappen! Du... ... ... ... ... ... ...